Heute geht es darum, wie du ohne viel Bücher lesen das ganze Wissen aus den ganzen tollen Büchern mitnehmen kannst und wie ich dir dabei helfen kann. Also, bleib dran! Ja, hallöschene Leute, hier ist mal wieder euer Win-Win-Marktter Lars Pilavski und heute geht es mal dediziert um das Thema Bücher. Hört sich erst einmal langweilig an, aber ich lese seit drei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren eigentlich durchgehend jetzt immer Bücher, um mich weiterzubilden. Entweder Mindset-mäßig, in der Persönlichkeitsentwicklung oder direkt Online-Marketing. Und da habe ich halt immer gemerkt, dass viele Leute oder viele meiner Follower, viele meiner Kunden auch gerne das Wissen mitnehmen wollen, aber oftmals zu faul sind, die Bücher durchzulesen. Und von daher möchte ich so eine kleine Kampagne mit euch starten. Und wenn du Bock darauf hast, dabei zu sein, dann habe ich gleich noch eine Überraschung für dich, wie du das machen kannst. Und zwar kaufe ich mir immer so alle paar Monate einen Sack Bücher. Bin ja aktuell in Valencia, Spanien. Da ist es immer ein bisschen schwer. Also, ich habe keinen Bock, das ganze Zeug immer in Spanisch zu lesen. Von daher kaufe ich es mir dann in Deutschland oder lasse es zuschicken und dann nehme ich es immer mit meinem Rucksack mit. So, und jetzt bin ich gerade wieder aktuell mit einer neuen Fuhre Bücher hier gelandet und möchte diese ganzen Bücher dir mal kurz zeigen. So, jetzt gehen wir mal rein und werfen mal einen Blick auf die aktuellen Bücher. Und da sieht man hier unten zum Beispiel die Formel des Erfolges von Dirk Michael Langbert. Da bin ich gerade am Lesen und Zusammenschreiben und Aufnehmen, was ich daraus lernen will. Dann die Red Bull Story, ist ja schon ein Klassiker geworden, recht geil. Dann habe ich auch immer welche dabei, die so halb kostenlos sind. Also gegen Versand- oder Herstellungskosten immer ausgebucht. Transformation, Veränder dein Leben, die Echo-Methode da hinten. Das sind so aktuelle Sachen, wo ich immer ein paar Impulse rausnehmen kann fürs Online-Marketing. Und dann gibt es natürlich auch so Klassiker, um sich einfach in bestimmten Themengebieten weiterzubilden. Wie hier zum Beispiel Positionierung, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Oder Preisheiten, wie man richtig Preise schnürt und sowas. Ja, auf jeden Fall sehr geile Themen. Und dahinter siehst du jetzt auch auf dem Tisch hier meinen A4-Blog. Da schreibe ich immer alles zusammen, egal worum es geht, um für mich etwas zu ordnen, um mich weiterzubilden. Um diese ganzen Themen auf der einen Seite aufzunehmen, aber dann auch umzusetzen in meinem Business. Und diese Bücher werde ich mir jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen vornehmen. Und wenn du darauf Bock hast, immer dieses Thema, was ich dann herauskristallisiere, also die besten Learnings, das beste Wissen, was ich für mich umsetze in meinem Business, wenn du das einfach durch ein kleines, kurzes, knackiges Video wie das hier mitnehmen möchtest, dann würde ich dir einfach mal vorschlagen oder dir anbieten, dass du dich unter dem Video eintragen kannst. Da mache ich entweder einen Link oder ein Formular, je nachdem, wo du landest. Und dann bekommst du immer über diese Kampagne nur diese E-Mails für diese Videos zugeschickt. Also du bekommst dann nur eine E-Mail pro Buch. Nichts anderes ist in der Kampagne drin, sondern ich zeige dann immer in jedem Video ein Buch, was ich gerade gelesen habe, was ich daraus gelernt habe, was ich umsetzen möchte. Zeige dir dann oftmals auch meine Notizen. Also du bekommst einen extra Einblick in meine Notizen und kannst dir das Buch dann entweder selber holen oder einfach mit den Learnings, die ich dir mitgebe, glücklich werden. Und wenn du darauf Bock hast, wie gesagt, trag dich einfach unten mit ein und dann freue ich mich, dir ganz viel Wissen aus meinen Büchern durch meinen Kopf über YouTube dir vermitteln zu können. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg in deinem Business. Dein Lars Pilavski, Win-Win-Markter. Ciao.